Und damit willkommen zurück zu Commander Conker Tiberium History im Live-Let's Play auf Nach Alexandria. Und diese Mission macht ihnen vielleicht Spaß. Was ist Spaß? Kann man das essen? Schon sehr viele Mods passiert, dass ab Alexandria das einfach nur noch schlimmer wurde. Mal gucken. New Construction Options. Building. Ja, Sir. Macht sie fertig. Okay. Empfange Nachricht. Dieser Hafen beliefert den Nord-Truppen. Zerstören sie. Ja, 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 ja. Kenn ich. Der Mammut ist der fortschrittlichste Panzer der GDI. Kein Upgrade. Also, Break-Gun. Errichten sie eine Waffenschabrik und ein Technologiezentrum, um Mammut-Panzer bauen zu können. New Construction Options. Äh, Sammler? Mammut-Panzer Trooper. Verstanden. Ihr kommt auch. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angerufen. Unit, last. Wir haben alles im Griff. Alles unter Kontrolle. Construction complete. Sehr schön. New Construction Options. Aaaah. Neues Bonus Ziel. Verteidigt unsere Kräne. Neues Bonus Ziel. Yes, Sir. Right away, Sir. Ihr macht das schon. Jawohl. Unsere Befehle. Klau an euch. Einheit wird angegriffen. Jawohl. Yes, Sir. Ah. Schlechter als gedacht. Das sind auch zwei Teams. Feindliche Einheiten in sich. Ja, immerhin hast du einen getötet. Was brauchen Sie? Verstanden. Ausbildung. Construction complete. New Construction Options. In der Waffenfabrik können jetzt Mammut-Panzer gebaut werden. Uh. Sie wissen, wir sind hier. Mach die Luken nicht so. Okay, das waren die. Kaufen Sie im Technologiezentrum das Railgun-Upgrade und rüsten Sie alle Predator- und Mammut-Panzer mit dieser Technologie auf. Building. Äh, noch nicht. Brauchen wir mehr Platz? Ja, ich will den Platz da haben, bitte. Construction complete. Ready for action. Ja, haben wir Raygun, aber macht wohl hilfsverständlich nichts. On hold. Ah. Canceled. Building. Wie Sie wünschen, Commander? Wir können unsere Wirtschaft mit diesem Tiberium stärken. Könnte funktionieren. Ja. Neues Bonusziel. Danke. Danke, warte, bis das Bonus hier ankommt. Waiting orders. Insufficient funds. Bonus Ziel erreicht. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ich brauche Geld. Construction complete. Hm. 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 Building. Yes, sir. Right away, sir. Waiting order. Ja, aber wann... Einheiten auf Hell zu kriegen ist echt... Keine leichte Aufgabe. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Samuel wird angegriffen. Ah ja. Ah ja. Unit lost. Repel. Da kommt genau das, was ich... Angst hatte. Wir haben die... Ja, oh, das ist die richtige Artillerie, die sie vorher hatten. Ich nehme heavy Feuer. They're everywhere. Moving out. Knowledge. Advancing. Advancing. Knowledge. Moving out. Advancing. I hate the father. No problem. Moving out. Oh, das klingt so wirklich. Mammut Panzer bereit. Ja, sir. Ich frage, wie die... Oh mein Gott. Ja, genau das meine ich. Nähere mich. Übertreib mal wieder. Ich frage, wie die... Unsere Basis wird angegriffen. Ja, sir. Einheit wird angegriffen. Ja, sir. Mammut Panzer bereit. Ja, sir. Ah. Einheit geserbert. Ja. Nee. Die übertreiben mal wieder, so wie immer. Ah. Jetzt wird es wieder schlimm. Neig mich, dass das... Neig mich, dass das... Mammut Panzerung und Feuerkraft. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Errichten Sie eine Waffenfabrik und ein Technologiezentrum, um Mammut Panzer bauen zu können. New construction options. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausbilden. Feindliche Einheiten in sich. Unsere Befehlen. Angegut angegriffen. Feuer frei. Unit lost. Beenden wir die Party. Nagel sie fest. Einer weniger. Da ist noch einer. Aus Sibiriumfeld. Zeit zu gehen. Ausbildung. Neues Bonusziel. New construction options. Neues Bonusziel. Bereit für Basiserweiterung. Nicht schlecht. Schwierig. Meine Befehle. Sehr schwierig. Infanterie und Strukturen. Strukturen und Infanterie. Hm. Ach, Vehicle Structures. Okay. Verlangsam also Gegner. Okay. Und können halt eben... Gebäude säubern. Geheimdienstdaten aktualisiert. New construction options. In der Waffenfabrik können jetzt Mammutpanzer gebaut werden. Aber das ist nicht das Upgrade, was da steht. Das da hier Crystal Crush. Kaufen Sie im Technologiezentrum das Railgun Upgrade. Und rüsten Sie alle Predator- und Mammutpanzer mit dieser Technologie auf. Problem ist, wie gesagt, nur die Artillerie von denen. Gefällt mir nicht. Das ist ein oder andere Problem. Ready. Konstruktion. Mammutpanzer. Gut, dauerhaft Angriff. Ja. Komm mal mit. Äh. Ausbildung. Ich hab auch mal. Yes, sir. Moving out. Moving out. Ausbildung. Construction complete. Ich hab Ihre Code. Ausbildung. Jawohl. Äh. Kommander. Da bist du. Feindliche Einheiten in sich. Mammut. Ich hab die Feuer. Ich hab die Feuer. Ich hab die Feuer. Moving out. Ja. Das blaues Feuer dann einfach. Okay. Die besetzen das EMP-Kontrollzentrum. Ich kümmer. Deaktivieren Sie mit einem EMP-Schlag vorübergehend sämtliche Fahrzeuge und Gebäude des Not-Stützpunktes. Ausbildung. Acknowledged. Große Attack Damage against Sarge. So- 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 Äh. Effektiver gegen Einheiten, die wir benutzen. Wir sind hier. Mach die Luken dicht, Jungs. Das wird ziemlich heftig. Geheimdienstacken aktualisiert. Ready and waiting. Moving out. Insufficient phones. Waiting orders. Waiting orders. Einheit verabreden. Vehicle reporting. Einheit verabredet. Unit lost. Verteidigt unsere Kräne. Hi. Ingenieur einsatzbereit. Mammut einsatzbereit. Feindliche Einheiten in sich. Okay. Ausbildung. Moving out. Ja, du bist wirklich nicht sehr effektiv gegen Fahrzeuge. Das ist in Ordnung. Einheit wird angegriffen. Zu wissen. Bereit. Unaufhaltsam. Yes, Sir. Yes, Sir. Ich habe Ihre Code. Mammutpanzer. Feindliche Einheiten in sich. Ich finde einen Weg rein. Mammut einsatzbereit. Ich komme. Rück hervor. Mammuts. Einheit wird angegriffen. Moving out. Yes, Sir. Ernsthaft? Auf zur Front. Auf dem Weg. Mammutpanzer bereit. Löscht sie aus. Da kommen sie. Unbesiegbar. Unit lost. Die sind schlau. Die sind schlau. Die geht erst mal auf meine eigene Harte zurück. Ja, Sir. Ja, Sir. Auf dem Weg. Mammut einsatzbereit. Auf zur Front. Einheit wird angegriffen. Insufficient funds. Rücke vor. Auf dem Weg. Mammutpanzer. Unbesiegbar. Greife an. Mammutpanzer. Ja, Sir. Ich komme. Gebäude eingenommen. Bonusziel erreicht. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ne. Und? Auf zur Front. Einheit wird angegriffen. Yes, Sir. Unbesiegbar. Umkehren. Ah, fahr mal weg. Mammut, ich bin bereit. Bereit und wartet. Acknowledge. Uh. Acknowledge. Affirmative. You got it. Not a problem. Yes, Sir. Einheit wird angegriffen. Ich kann die besser ziehen als ich. Mammut, einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Meine Befehle. Au. Bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Die Chemical Barrier tun echt weh. Unbesiegbar. Auf dem Weg. Ich komme. Oh. Drücke vor. Mammut rückt vor. Mammut unterwegs. Ich komme. Unsere Basis wird angegriffen. Hey. Ich habe dies getan. Einheit wird angegriffen. Mammut. Was ist existieren? Meine Befehle. Ja, Sir. Ja, Sir. Unit lost. Select target. Unbesiegbar. Ich komme. Ja, Sir. Schmerzen. Ich muss definitiv anders bauen. Nur Mammuts. Einfach nur reinfahren dann. Ah, Gott. Alexandra ist... Es wäre so gut wie Idamot. Alexandra ist spätestens dann die Stelle, wo es anfängt, dann auch schwer zu werden. Idamot. Oh, Gott. Nett. Immer wieder. Wir sind hier. Empfange Nachrichten. Auf geht's. Dieser Zerstörer... Der Mammut ist der fortschrittlichste Panzer der GDI. Er hat eine einzigartige Panzerung und Feuerkraft. Errichten Sie eine Waffenfabrik und ein Technologiezentrum, um Mammutpanzer bauen zu können. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausbildung. Auf zur Front. Ich habe Ihre Code. Ich habe, was ich brauche. Feindliche Einheiten in Sicht. Mammutpanzer. Unsere Befehle. Meine Befehle. Unable to build more. Auch zum Tibir am Feld. Ausbildung. Ja, Sir. Bin unterwegs. Dann kommt nochmal mit. Guckt euch mal da rum. Neues Bonus-Ziel. Dann wollen wir mal. Bereit für Basiserweiterung. Könnt unterhören. Neues Bonus-Ziel. Wird schon noch lustig. Wir können unsere Wirtschaft mit diesem Tiberium stärken. Neues Bonus-Ziel. Landvermesser. Konstruktion complete. In der Waffenfabrik können jetzt Mammutpanzer gebaut werden. Einheit wird angegriffen. Heimdienstdaten aktualisiert. Kaufen Sie im Technologiezentrum das Railgun Upgrade und rüsten Sie alle Predator- Ja, das ist ein Fingernis. Mammutpanzer mit dieser Technologie auf. Deaktivieren Sie mit einem EMG-Schlag vorübergehend sämtliche Fahrzeuge und Gebäude des Not-Stützpunktes. Building. Was brauchen Sie? Ja, Sir. Mammut einsatzbereit. Trooper stehen bereit. Warte rein. Versuch das mal schon irgendwie freizuschalten. Mammutpanzer. Sie wissen, wir sind hier. Macht die Luken, Dink, Jungs. Das wird ziemlich heftig. Instruction complete. Mammut rückt vor. Zurück zur Basis. Den werde ich jetzt wahrscheinlich verlieren, wenn der sich nicht umgemützt hat. Rücken vor Ort einsatzbereit. Mammut rückt vor. Der Heimdienstdaten aktualisiert. Okay, das war nur mit den Flammtruppen. Äh. Building. Hm. Ne? Bereit. Alles bereit. Gebäude eingenommen. Bonus Ziel erreicht. Kann er dem schon helfen, gegen halt dem die... Mammut ist einsatzbereit. ...Massner antertieren. ...Einheit wird angegriffen. Ja, Sir. Instruction complete. Unsere Basis wird angegriffen. Es lohnt sich ja, finde ich, noch ein weiteres zu bauen. Ne. Cancel. Ich denke, das geht lieber in die Mammut direkt rein. Zöllige Überlegenheit. Mammutpanzer. Mammut einsatzbereit. Ah. Ich wenigstens sichtbar den Hatter. Feindliche Einheiten in sich. Was? Oh, da. Einheit wird angegriffen. Mammutpanzer bereit. Mammut einsatzbereit. Unaufhaltsam. Auf zur Front. Brücke vor. Völlige Überlegenheit bereit. Ich bin ein bisschen näher ran. Ja, Sir. Mammutpanzer. Was ist da los? Glaub schon. Meine Befehle. Völlige Überlegenheit. Mammutpanzer. Brücke vor. Auf zur Front. Ja, Sir. Mammutpanzer bereit. Völlige Überlegenheit. Was sind aber so viele von denen. Es sind aber so viele von denen. Unit lost. Select target. Mammutpanzer. Ja, Sir. Mammutpanzer. Bin unterwegs. Unser Basis wird angegriffen. Mammutpanzer. Mammut einsatzbereit. Auf zur Front. Ja, ist nicht schön. Einheit wird angegriffen. Brücke vor. Einheit wird vor. Ein bisschen schön. Unaufhaltsam. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Mammut einsatzbereit. Kann man das auch nicht leisten, rauszugehen. Das ist es ja auch. Nee, das ist... Die spammen das einfach zu sehr mit den Einheiten. Das ist nicht schön. Ich weiß echt nicht, was ich da machen soll. Die Mammut, das bringt nichts. Das ist die Dawn einfach zu lange. Würde ich lieber andere Einheiten gehen? Ja, überhaupt komplett Mammuts ignorieren? Oh Gott. Ausbildung. New construction options. Building. Ich habe Ihre Code. Das ist die Frage. Ingenieur einsatzbereit. Empfange Nachricht. Dieser Hafen will die zerstören. Der Mammut ist der fortschrittlichste Panzer der GDI. Er hat eine einzigartige Panzerung und Feuerkraft. Das ist die Frage, wie gut der Hater dem ist. Verrichten Sie eine Waffenfabrik und ein Technologiezentrum, um Mammutpanzer bauen zu können. New construction options. Building. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausfüllen. Wenn ich wirklich hier auf die MLRS gehe, auch... Feindliche Einheiten in sich. Mammutpanzer beheilt. Macht Sie platt. Construction complete. Auf zum Tiberiumfeld. New construction options. Building. Ausbildung. Meine Befehle. Yes. Trooper. Wir sind hier. Neues Bonusziel. Oh. On hold. Cancel. Ausbildung. Bereite Basis der Heiterung. Neues Bonusziel. Wir finden neues Bauland. Gute Frage, nächste Frage. Grenadierdruck bereit. Alles klar. Und ihr geht mal jetzt da hin. An die Arbeit. Yes, sir. Wir können unsere Wirtschaft mit diesem Tiberium stärken. Was brauchen Sie? Unterwegs. Neues Bonusziel. Neues Bonusziel. Waiting orders. Was ist ein Ingenieur? Bonusziel erreicht. Bin unterwegs. Da unten noch. Okay. Geheimdienstdaten aktualisiert. Building. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit die Anrufe. Die besetzen das EMP Kontrollzentrum. Kinder spielen. So, geht mal da rein. Deaktivieren Sie mit einem EMP Schlag vorübergehend sämtliche Fahrzeuge und Gebäude des Notstützpunktes. Construction complete. Perfekt. Wir sind hier. Zeit zu gehen. Ich regle das. Luft. Verteidigt unsere Kräne. Es geht los. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Beenden. Wir wissen, wir sind hier. Macht die Luken nicht zu uns. Das wird ziemlich heftig. Unit. Feuer frei. Gebäude eingenommen. Bonusziel erreicht. Wir haben alles im Grenz. Geheimdienstdate aktualisiert. Ich regle das. Beenden wir die Party. Yes, sir. Moving out. Geht mal ein bisschen nach vorne. Moving out. Ein bisschen mehr Sicht erschaffen. Trooper stehen bereit. Nordverbände nähern sich aus östlicher Richtung. Ja, ist okay. Los, Jungs. Feindliche Einheiten in sich. Los geht's. Auf geht's, Trooper. Au, 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 au. Okay. Meine Befehle. Macht sie fertig. Überrollt sie. Yes, sir. Right away, sir. Right away, sir. Los. Yes, sir. Moving out. Meinst du, wahrscheinlich eh doch da oben hin. Auf zur Front. Feuer. Weint. Weintliche Einheiten in sich. Sammler wird angegriffen. Völlige Überlegung. Ja eben. Unsere Basis wird angegriffen. Repairing. Vorsicht mit dem Zeug. Einheit wird angegriffen. Los geht's. Wir brechen auf. Los geht's. Forti. Ja die macht mich fertig, ich mach sie fertig, ich hab kein Geld. Ready and win. Hm. Ich hab's noch ne andere Möglichkeit. Wenn du Wasserfassvereinheiten hab ich noch zur Auswahl. Die sind zu langsam. Die werden wahrscheinlich genau das gleiche Problem kriegen. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Die werden wahrscheinlich nicht mehr in den Zeug. Wäsche. Wäsche. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Das war immer noch. Wie gesagt. Möglichkeit einfallen, die wollen wir nochmal probieren. Ach, ich speichere mal jetzt. Es ist jetzt zwar keine großartige Sache hier zu speichern, aber... Er hat eine einzigartige Panzerung und Feuerkraft. Verrichten Sie eine Waffenfabrik und ein Technologiezentrum, um Mammutpanzer bauen zu können. Geheimdienstdaten aktualisiert. Da können wir ein paar Medium-Tanks. Feindliche Einheiten sind nicht building. Einheiten angegriffen. Meine Befehle. Auch zum Tiberiumfeld. Ja, Sir. Construction complete. Unit launch building. Was brauchen Sie? Wir sind hier. Wir haben Sie. Wir können unsere Wirtschaft mit diesem Tiberium stärken. Wir haben einen Rekord. Jawohl. Neues Bonusziel. Ja, ich bin schon dabei für das Bonusziel erreicht. Neues Bonusziel erreicht. Neues Bonusziel. Auf dem Weg. Ja, Sir. Neues Bonusziel. Construction complete. Armoredetail reporting. Geheimdienstdaten aktualisiert. On hold. Ausbildung. Überstelle nach oben für den Bitter. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Auf besetzen das EMP-Kontrollzentrum. Auf zur Front. Deaktivieren Sie mit einem EMP-Schlag vorübergehend sämtliche Fahrzeuge und Gebäude des Notch-Stützpunktes. Einheit gefördert. Ich bin unterwegs. Ich sehe es, bin unterwegs. Mammut-Panzer. Mammut rückt vor. Einhörstück angegriffen. Auf dem Weg. Einhörstück angegriffen. Einhörstück angegriffen. Das ist jetzt. Sie wollen es, wir sind hier. Macht die Luft, die wir sind hier. Macht die Luft, die wir sind hier. Das wird ziemlich heftig. Ich komme. Auf dem Weg. Bonusziel erreicht. Habt ihr noch nicht genug? Ich weiß nicht, wo das ist. Haß es. Auf zur Front. Nähere mich. Was kriegt denn bei besten Ideen? Meine Befehle. Hört? Ich spamm die sofort. Armour-Detail reporting. Ha. Ich könnte noch mal komplett andere Techniken... Okay, okay. Ich habe vielleicht eine Idee. Eine, 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 eine. Keine Ahnung, ob es dir gut gehen wird. Ja, ist er das. Er hat eine einzigartige Panzerung und Feuerkraft. Ausbildung. Errichten Sie eine Waffenfabrik und ein Technologiezentrum, um einen Panzer bauen zu können. New Construction Options. Ausbildung. Geheimdienstdaten aktualisiert. Building. Was hat das mit denen zu tun? Was ich versuche hier über die Seite hinten rein zu gehen? Sehen wir uns mal um. Einheit wird angegriffen. Wir können unsere Wirtschaft mit diesem Tiberium stärken. Funktionieren die Luftfilter? Verstanden, Commander. Neues Bonusziel. New Construction Options. Building. Lader bereit machen. Bonusziel erreicht. Auf zum Tiberiumfeld. Construction complete. Building. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ich muss mich erst mal ein bisschen um Geld kümmern. Unbesiegbar. Neues Bonusziel. Grenadiertruppe bereit. Neues Bonusziel. Ich riegel das. Ich komme erst mal da hin. Construction complete. Cannot deploy here. Cannot deploy here. Er kann nicht deployen, ich weiß schon. Was brauchen Sie? Zeit zu gehen. Trooper stehen bereit. Das hat ein großes Risiko jetzt, was ich mache. Feindliche Einheiten in sich. Ob es klappt oder nicht klappt. Einheiten in sich. Okay Männer. Wir marschieren einfach rein. Wir besetzen das EMP-Kontrollzentrum. Erwarten Befehle. Deaktivieren Sie mit einem EMP-Schlag vorübergehend sämtliche Fahrzeuge und Gebäude des Not-Stützpunktes. Alles bereit. Aha. Wir sind hier. Construction complete. Zeit zu gehen. New construction. In der Waffenfabrik können jetzt Mammutpanzer gebaut werden. Los Jungs. Einheit in sich. Unit lost. Kaufen Sie im Technologiezentrum das Railgun-Upgrade. Ja, ganz schön. Das Brotter für National. Einheit wird angegriffen. Wir haben alles im Gerät. Feuer frei. Nagel sie fest. Roger. Beenden wir die Party. Die Brotter sind einsatzbereit. New construction options. On hold. Canceled. Ausbüren. Gucken wir doch mal wie gut die sein wird dann. Habt ihr noch nicht genug? Ach sie fertig. Anheids besadet. Building. Schlafschützen Team, wo werden wir gebraucht? Nehmen neue Position ein. Was brauchen Sie? Construction complete. Anheids ist angegriffen. Building. Ausbüren. Construction complete. Reading and waiting. Ready to go. Ist das Geburtstag einheit in sich? Mammut Panzer bereit. Trufer sind einsatzbereit. Trufer stehen bereit. Wo ist unser nächstes Tier? Wir sind hier. Mammut Panzer bereit. Unit lost. Ow. Unsere Basis wird angegriffen. Trufer sind einsatzbereit. Mammut Panzer bereit. Wir haben uns mit dem Einsatzbereit. Auf zur Front. Meine Befehle macht sie platt. Oh, die greift schon aus Jedi-Aus an. Ja, Sir. Rücke vor. Ja, Sir. Zeit zu gehen. Sie werden noch schnitt. Feindliche Einheiten in sich. Trooper sind einsatzbereit. Of course. Okay. Already there. Einheit wird angegriffen. Feindliche Stützpunkt in sich. Trooper sind einsatzbereit. On my way. Wer? I only need woodshot. Ah. Wenn das. Ja, wo ist das jetzt passieren wird? Es geht los. Trooper sind einsatzbereit. Oh, die. Trooper sind einsatzbereit. Warte, jetzt kommen die mit BMT's doch anderen an. Jawohl. Einheit wird angegriffen. Los, Jungs. Auf geht's, Trooper. Select Target. Wir sind hier. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Trooper sind einsatzbereit. Nagel sie fest. Nee. Trooper sind einsatzbereit. Setzen wir nicht mit denen Versuch. Das ist das Problem, das was man sieht. Los, Jungs. Auf geht's, Trooper. Einheit wird angegriffen. Feindliche Stützpunkt in sich. Trooper sind einsatzbereit. Völlige Überlegenheit. Trooper sind einsatzbereit. Ja, aber mit, wirklich, mit nichts eine Möglichkeit, das irgendwie zu kontern. Lassen Sie noch auf einsatzbereit. Ich regle das. Wir haben sie. Einheit wird angegriffen. Dann wollen wir mal. Macht sie fertig. GDI Building. Captured. Ja. Trooper sind einsatzbereit. Hm. Trooper sind einsatzbereit. Habe ich probiert. Das ist das Problem. Die zerstören mich. Die zerstört die. Habst du keine Chance. Das macht keinen Unterschied. Trooper sind einsatzbereit. Da irgendwie reinzukommen. Aber, Frank, ist halt dem auch ein Ding der Unmöglichkeit. Weil, ne, ich komme nicht ansatzweise ins Gebäude ran, bevor die mich ja dem auch abschießen. Kann ich einfach sagen, ich baue ein paar von denen. Gehe da hin, zerstöre das und fertig. Nee. Es ist einfach ein Massaker. Mal sehen, wie man will. Trooper sind einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Unit lost. Trooper sind einsatzbereit. Meine Befehle. Wir warten. Ja, ja, dann warten wir mal. Einheit befördert. Wir sind einsatzbereit. Feindliche Einheiten in sich. Trooper sind einsatzbereit. Artillerie ist einfach das, was... ...sie das mal schlimm macht. Nicht irgendwas anderes. Das ist immer die Artillerie. Immer. Ich komme auch in den Ansatzweise nicht mehr ran. Oh. Gott. Mir fällt nichts ein. Das ist einfach... Hm. Die bauen von Anfang an ihre Artillerie. Und dadurch habe ich von Anfang an einfach so keine Probleme... ...ä, ne, absolut die Probleme irgendwie ansatzweise ranzukommen. Kann gut sein, dass Sarajevo halt eben nicht mehr dann ganz so schlimm wird. Nicht so schlimm wie wahrscheinlich bei der anderen Mod, weil die nicht ganz so OP sind. Ja. Aber hier sind es ein großes Problem, weil sie die von Anfang an einfach nur spammen und ich absolut nichts dagegen machen kann. Hm. Machen wir da jetzt. Ich könnte jetzt cheaten. Wäre die eine Möglichkeit. Ich könnte die Mod erst mal deaktivieren. Damit die Mod... ...ä, dann also die Mission auch überspringen. Äh... ...ä, ne, mir fällt es sonst nichts anderes sein. Infanterie komme ich nicht ran. Hat man gerade gesehen. Einziger... Ja, hier haben sie Anti-Infanterie. Aber ich komme auch nicht hier hin. Da bauen sie die Artillerie, da bauen sie die Artillerie. Ich komme nicht da hin. Weil die Artillerie mich auch da wegbombt. Ich kriege kein Geld. Also nicht genug Geld. Flugeinheiten? Building. Trupper sind einsatzbereit. On hold. Canceled. Feindliche Einheiten übrig. Cargis, was gibt's das für Flugeinheiten? Construction complete. Cannot deploy here. Ja, hm. Unsere Basis wird angegriffen. Ich könnte... ...gegen die Heidi mit meinen Flugeinheiten ankommen. Aber die haben auch die Raketen. Sammler wird angegriffen. Ah. Was brauchen Sie? Select Target. Koordinaten erhalten, bereiten Bomben ab. Posporus. Low Power. Okay. Ich versuch's mal mit Luft einhalten. Ich glaub das ja. Der Mammut ist der fortschrittlichste Panzer der GDI. Ja, das ist er. Er hat eine einzigartige Panzerung und Feuerkraft. Bereite Basiserweiterung. Errichten Sie eine Waffenfabrik und ein Technologiezentrum, um Mammutpanzer bauen zu können. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ausbildung. Ja, Sir. Moving on. Trooper. Ja, Sir. Yeah. Feindliche Einheiten in sich. Construction complete. Auf zum Tiberiumfeld. Neu Construction options. Ich habe ihre Code. Wir haben alles in die Waffe. Right away, Sir. Ausbildung. Neues Bonus Ziel. Auf zum Tiberiumfeld. Wir sind bereit. Dann mal los. Neues Bonus Ziel. Construction complete. Can't deploy. Wir können unsere Wirtschaft mit diesem Tiberium stärken. Building. Neues Bonus Ziel. Äh. Völlige Überlegenheit. Ready and waiting. Right away, Sir. Unbesiegbar. Bin unterwegs. Cannot deploy here. New construction options. Nur gute Frage, wie gut die hat die mit werden, ne? Systeme bereit. Was werden wir dann sehen? Volker bereit zum abheben. Ready and wait. Fahrtliche Einheiten in sich. Right away, Sir. Einheit wird angegriffen. Moving out. Moving out. Volker bereit zum abheben. Right away, Sir. Wir besitzen das EMP-Kontrollzentrum. Deaktivieren Sie mit einem EMP-Schlag vorübergehend sämtliche Fahrzeuge und Gebäude des Nutzstützpunktes. Ich hab, was ich brauche. Und dann rein da. Building. Systeme online. Volker bereits zum abheben. Pilot hier. Positiv. Gebäude eingenommen. Sie wissen, wir sind hier. Macht die Luke nicht, Jungs. Das wird ziemlich heftig. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ich speichere mal jetzt hier nochmal den Punkt. Stabilisatoren aktiviert. Verteidigt unsere Kräne. Du warst. Du warst. Angegriffen. Cannot deploy here. Äh. Cannot deploy here. Ja, dann lass mich doch irgendwo. Cannot deploy here. Danke. Ausbildung. Building. Systeme online. Mann, die haben die Upgrades, ne? Äh. Gatling Gun. Increased Attack Damage. Increased Immolation. Oh. Bei dem hat ich mir was zu bringen. Auch gegen Infanterie dann. Renate ihr Tropen. Wir marschieren einfach rein. Volker bereits zum abheben. Feindliche Einheiten in sich. Einheiten in sich. Erwarten Befehle. Granaten entsichern. Wir räuchern sie aus. Volker bereits zum abheben. Entsichern. Sie sind da drin. Yes, sir. Blancs. Sie wurden angegriffen. Construction. Befehle. Volker bereits zum abheben. Mammut Panzer. Yes, sir. Ja, sir. Erwarten Befehle. Feindliche Stützpunkt in sich. New Construction. In der Waffenfabrik können jetzt Mammutpanzer gebaut werden. Kaufen Sie im Technologie-Zentrum ein Railgun-Upgrade und rüsten Sie alle Predator- und Mammutpanzer mit dieser Technologie auf. Upgrade wird geschlossen. Einheit wird angegriffen. Merzen. Plötzlich. Sammler wird angegriffen. Kanal ist offen. Reifen an. Vorsicht mit dem Zeug. Einheit befördert. Okay, es geht los. Okay, sehr schön. Uh. Äh. Äh. Angriff läuft. Verstanden. Orgasm unterwegs. Building. Ziel erfassen. Einheit wird angegriffen. Paketen ausklinken. Construction complete. Cannot deploy here. Dass die da einfach an dem Ergang sind, war super. Scheint wahrscheinlich doch eine gute Taktike zu sein. Orca bereit zum Abheben. Genau, ihr kriegt mal die anderen. Orca einheit. Orca bereit zum Abheben. Perfekter. Upgrade abgeschlossen. Was brauchen Sie? Orca bereit zum Abheben. Kanal ist offen. Pilot hier. Orca bereit zum Abheben. Oh, Geld. Covid ist echt ein bisschen Mangelware. Orca bereit zum Abheben. Orca bereit zum Abheben. Ziel kommt schnell näher. Unsere Basis wird angegriffen. Orca einsatzbereit. Upgrade abgeschlossen. Positiv. Ziel erfassen. Ich glaube, die hatten keine, nicht so viel Luftabwehr, ne? Angriff starten. Ziel zerstört. Geh an nach Hause zurück. Da kommen sie auf jeden Fall jetzt mit Einheiten. DMT tut weh gegen Luft einhalten, ja. Orca Einheit. Angriff. Darf nicht zu lange warten. Zielanflug. Roger. Ja, Sir. Streifen an. Stabilisator aktiviert. Einheit wird angegriffen. Orca unterwegs. Feindliche Einheiten in sich. Verstanden. Orca ist unterwegs. Okay, 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 okay. Ziel erfassen. Unit lost. Silos needed. Alle Systeme online. Repair. Hmm. Unsere Basis wird angegriffen. Select target. Positiv. Luftangriffe eingeleitet. Repairing. Construction complete. Tiberiumfade abgebaut. Ausbildung. Ausbildung. Nur ein paar. Von euch verloren ist nicht so wild. Positiv. Angriff. Orca Pilot. Orca bereit zum abheben. Orca bereit zum abheben. Orca jetzt nachheben. Verstanden. Orca ist unterwegs. Unterwegs. Zurück zum Nachladen. Ja, ist okay. Orca bereit zum abheben. Building. Zuerst ist okay so. Lufteinheiten. Sehr selten, dass ich das mache. Überhaupt. Deswegen. Orca bereit zum abheben. Nicht der größte Fan von denen. Allgemein. Spaziergang. Luftwege frei. Orca unterwegs. Alle Systeme online. Ja, muss ich die nächsten Einheiten. Verstanden. Orca ist unterwegs. Alle Systeme online. Ziel zerstören. Positiv. Roger. Roger. Verstanden. Orca ist unterwegs. Ja. Einheit wird angegriffen. Warum? Stabilisatoren aktiviert. Positiv. Handliche Stützpunkt in sich. Nähe, nur mich zielt. Gehren nach Hause zurück. Au, 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 au. Ausbildung. Okay. Nur ein einziger verloren. Das ist in Ordnung. Orca bereit zum abheben. Ausbildung. Orca Pilot. Wir wurden von einem EMP getroffen. Nicht so witt. Alle Systeme online. Nicht so witt. Ja, Sir. Feindliche Einheiten in sich. Orca ist unterwegs. Einheit wird angegriffen. Ziel kommt schnell näher. Zurück zum Nachladen. Ich frage, wie gut. Ach guck mal. Part points. Alles klar. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Einheit besorbert. Zur Basis. Ready. Orca unterwegs. Zielgang flog. Repair. Zurück zum Nachladen. Pilot reporting. Die Frage, wie gut sind die? Hat die jetzt gegen Gebäude? Ja. Feindliche Einheiten in sich. Feindliche Stützpunkt in sich. Einheit wird angegriffen. Select target. Bomber unterwegs. Waiting orders. Oh, hallo, Sammler. Uh. Sehr schön. Yes, sir. Open out. Luke geschlossen? Fahren wir los. Läuft schon besser. Hör auf. Die Bomber halten aber auch viel aus, muss ich sagen. Das ist jetzt unser Revier. Unit lost. Wir bringen ihn Verstärkung, Commander. Ja, keine Energie mehr. Ist okay. Construction complete. Cannot deploy here. Alles klar. Jetzt liegt sie weg. Einheit wird angegriffen. Völlige Überlegenheit. Auf dem Weg. Construction complete. Cannot deploy here. Ja, sir. Erwarten wir viele. Genau. Schön zurückfahren. Stabilisatoren aktivieren. Orker unterwegs. Nähere mich ziel. Paketen ausklicken. Roger. Positiv. Alle Systeme online. Unterwegs. Alle Systeme online. Greifen ein. Ziel erfassen. Positiv. Einheit wird angegriffen. Au, 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 au. Deswegen sag ich, die tun weh. Ja, sir. Geh nach Hause zurück. Aber ich hab ein bisschen Energie ausgeschaltet, was gut ist. Unsere Basis wird angegriffen. Auf zur Front. Ja, sir. Unbesiegbar. Unit lost. Positiv. Halten ran. Feindliche Einheiten in sich. Zielgangflug. Stabilisatoren aktiviert. Positiv. Einheit wird angegriffen. Auf zur Front. Ah. Vorsicht. Lader bereit machen. Ja, sir. Unsere Basis wird angegriffen. Hört auf. Pilot reporting. Orders received. Awaiting orders. Mammut, Mammut. Mitmacht, vorbei. Mammut, Panzer. Luftwege frei. Verdammt. Ziel kommt schnell näher. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Luftwege frei. Wir wurden von einem EMP getroffen. Feindliche Einheiten in sich. Alle Systeme online. Ziel zerstören. Positiv. Luftwege frei. Kann denn von vorne eigentlich ihre, äh, Ausbildungsstätten zerstören, ne? Luftwege frei. Unit erfassen. Unit lost. Angriff läuft. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Ausbildung. Bereit. Das ist ne Idee. Ne gute Idee. Insufficient. Balance. Mammut, Panzer. Awaiting orders. Die sollten das aushalten. I will report it. Nordverbände nähern sich aus östlicher Richtung. Ja, ist okay. Feindliche Einheiten in sich. Orca einsatzbereit. Spaziergang. Unterwegs. Zielgang. Einheit wird angegriffen. Zumindest eine Ausbildungsstätte mal weniger. Ja. Raketen ausklicken. Orca bereits um abgeben. Orca bereits um abgeben. Einheit versaubert. Spaziergang. Reifen an. Wie viel kommt er da ran? Ziel zerstören. Abdrehen. Roger. Raketen ausklicken. Zurück zum Nachladen. Unit lost. Shit. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Dann bleibst du da für Ablenkung. Bereit. Orca-Pilot, das Systeme online. Nähere mich zielen. Greifen an. Einheit wird angegriffen. Säme wird angegriffen. Einheit befördert. Angriff. Alle Systeme online. Feindliche Einheiten für sich. Angriff starten. Ziel erfassen. Geh nach Hause zurück. Ah, schei simpil. Ausdehung. Mammutpanzer. Bin unterwegs. Das ist ein ganz schön anstrengender Kampf jetzt gerade. Orca Einsatzbereit. Vorsicht. Vor allem, weil ich einfach auch kein Geld habe. Systeme bereit. Erntevorgang läuft. Pilot hier. Einheit wird angegriffen. Unbesiegbar. Commander. Ja, Sir. Einheit besorgt. Er hat doch schon noch einiges aus. Spaziergang. Muss man hier was zerstören. Ja, Sir. Verstanden. Orca ist unterwegs. Unterwegs. Orca unterwegs. Alle Systeme online. Feindlicher Stützpunkt in sich. Greifen an. Unterwegs. Nähere mich zielen. Unit launch. Zurück zum Nachladen. Wir kriegen als alle höchstens nur normale Verstärkungen. Orca Einsatzbereit. Völlige Überlegenheit. Mein Geld. Macht sie fertig. Nähere mich. Das ist gerade extra wachsend. Hier Orca. Funktionieren die Luftfilter? Orca Pilot. Ja, Sir. Spaziergang. Roger. Das ist auch gleich wieder bereit. Das ist sehr schön. Verstanden. Orca ist unterwegs. Positiv. Feindliche Einheiten in sich. Orca ist unterwegs. Einheit für angegriffen. Zielgang flog. Ja, Sir. Spaziergang. Paketen ausklicken. Unterwegs. Alle Systeme online. Select Target. Das geht ein bisschen weiter da hinten erkundet. Egal. Koordinaten erhalten. Dann machen wir. Angriff wird angegriffen. Angriff. Ja, Sir. Verstanden. Orca ist unterwegs. Feindliche Stützkrieg in sich. Einheit befördert. Angriff starten. Angriff laut. Raketen ausklicken. Angriff starten. Mammut-Panzer. Ja, ja. War also wirklich eine gute, gute, gute Entscheidung, das so zu machen. Oh. Da haben sie jetzt nämlich nichts mehr in der Basis. Ich glaube, die kriegen auch nicht Endlos-Verstärkung. Das ist es ja. Einheit wird angegriffen. Auf zur Front. Lade bereit. Okay. Ja, Sir. Macht jetzt mal. Commander. Positiv. Roger. Ja, Sir. Ich glaube, die, äh, Hunter-Sieker gefallen mir mehr. Unterwegs. Ja, Sir. Luftwege frei. Verschießen sie nicht so schnell ihre Munition. Kapitalisator aktiviert. Spaziergang. Feindliche Stützkrieg in sich. Feindliche Einheiten in sich. Positiv. Angriff. Einheiten in Angriff. Wieder fassen. Spaziergang. Orca bereit zum Abheben. Systeme online. Orca bereit zum Abzielen. Greifen an. Orca bereit zum Abheben. Gehen nach Hause zurück. Puh. Orca einsatzbereit. Unbesiegbar. Und vorhin, die heilen sich ja irgendwann. Das ist super. Feindliche Einheiten in sich. Nicht gedacht, dass ich nochmal, äh, nochmal eine Mod kriege, wo ich hier eine Stunde drin setze. Aber, ne, mit den Lufteinheiten war eine gute Entscheidung. War meine dritte Option. Gut, dass ich die genommen habe. Systeme online zum Abheben. Ah, nicht ganz. Orca ist unterwegs. Spaziergang. Ja, Sir. Ja, jetzt wird es ein Spaziergang gestimmt. Luftwege frei. Stabilisatoren aktiviert. Positiv. Positiv. Feindliche Stützkrieg in sich. Feindliche Einheiten in sich. Einheit besorbert. Angriffstapel. Einheit besorbert. Anke Systeme online. Positiv. Angriff läuft. Orca bereit zum Abheben. Ziel erfassen. Orca bereit zum Abheben. Raketen ausklicken. Jetzt haben sie keine Energie mehr, also sehr schön. Also mit dem nächsten Angriff kann ich auf das gehen. Auf zur Front. Damit ich auch schon sagen kann, hier, greift mal an. Ich weiß ja, viel sollte jetzt nicht mehr passieren. Und will ich unbedingt wissen, was das hier dann... Was hat denn die Abliegen brauchen wir dann auch noch? Oh, der kann keine Luftheinheiten mehr angreifen, sehe ich, lese ich gerade. Einheit befördert. Bereit. Mammut rückt. Das ist auch noch. Gleichliche Stützpunkt in Sicht. Meine Befehle. Spaziergang. Unterwegs. Stabilisatoren aktiviert. Ja, Sir. Einheit wird angegriffen. Luftwege frei. Feindliche Einheiten in Sicht. Nordverbände nähern sich aus östlicher Richtung. Sehr schön. Einheit befördert. Angriff starten. Zur Basis. Mammut, Panzer. So, du bist Held. Sehr schön. Dort. Hi. Brücke vor. Meine Befehle. Äh, ich sei nicht ganz bereit. Für die. Einheit wird angegriffen. Nähere mich zielt. Naja, sie müssen... Oh Gott, hallo. Zurück zum Nachladen. Kann alles los. Mammutpanzer. Auf sofort. Ja, Sir. Feindliche Einheiten. Meine Befehle. Ja, Sir. Mammutpanzer. Auf dem Weg. Ich komme. Ah. Du kannst mal nach oben. Unaufhaltsam. Ich komme. Ja, Sir. Hi. Sehr schön, dass wir es trotzdem noch geschafft haben. Orca-Pilot. Duftwege frei. Spaziergang. Einsatzzier erreicht. Völlige Überlegigkeit. Hier Orca. Greifen an. Orca bereit zum Abheben. Waffen aktiv. Nordverbände nähern sich aus östlicher Richtung. Einmal mit dem Panzer erreicht. Zur Basis. Mission erfolgreich. Nicht gedacht, dass ich das noch richtig schaffe. Oh Gott. Eine Stunde an einer Mission. Ei, ei, ei. Ja, ich habe das eigentlich geschafft, aber dadurch, dass seitdem das kam mit dem... Ich habe es früher aufgebaut, ne? Ne, ich sagte, die Orcas... Die Orcas... Die Orcas waren wirklich, wirklich eine gute, war, dass ich die gemacht habe, war... Ich bin einfach nicht der Fan von Luft-Einheiten. Okay, von GDI, wenn sie die... Abgesehen von den Hammerheads. Naja, was soll's. Wir haben es ja geschafft. Gut, das war es dann mit der Folge. Vielen Dank, bis zu sehen. Falls euch der Part gefallen hat, das noch ein Hektar. Und wir hören uns bei Kairo in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio. Untertitelung. BR 2018